Du möchtest gerne eine leere Schweizer-Örgeln spielen und dir stinkt es um einen Musiklehrer zu gehen, um viel Geld auszugeben und erst recht immer einen fülligen Terminkalender zu haben. Dann bist du hier genau richtig. Bei uns kannst du online leere Schweizer-Örgeln spielen. Wir bieten dir einen eigenen Loginbereich, einen eigenen Mitgliederbereich, wo du von überall aus, von daheim aus oder auch auswärts aus, per Handy, per PC oder per Tablet, kannst leere Schweizer-Örgeln spielen. Nachfolgend findest du zwei Abos, ein Jahres- oder ein Monats-Abo, wo du 14 Tage lang testen kannst. Wenn dir das nicht gefällt innerhalb von diesen 14 Tagen, kannst du uns ein E-Mail schreiben, und dann melden wir dich von diesem Kurs ab und du bekommst den folgenden Betrag zurück. In diesem Loginbereich gibt es viele Dämpfe zur Auswahl, die du lernen kannst und ich dir Ton für Ton und Schritt für Schritt zeigen, was du drücken musst. Nachfolgend nehme ich dich gleich mit auf einen kleinen Bildschirm und dann zeige ich dir den Mitgliederbereich, wie der aussieht. Bis später! Also, wir sind jetzt hier auf dieser Webseite. Jetzt hast du hier die Möglichkeit, ein Monats- oder ein Jahres-Abo auszusuchen. Wir klicken jetzt einmal den Jahres-Abo an. Und du auf die Seite, da ist alles beschrieben, wie es funktioniert. Und da kannst du deinen Namen, Vornamen, Namen und E-Mail-Adresse eingeben. Und dann kannst du damit per Kreditkarte, Paypal oder Vorkasse lösen und bezahlen. Wenn du das gemacht hast, bekommst du ein E-Mail über. Und dort sind alle deine Login-Daten enthalten. Dann kannst du dich dort einloggen. Und schlussendlich, wenn du dich eingeloggt hast, kommst du auf diese Seite hier. Hier ist unser Mitgliederbereich. Hier hast du all die Kurse, die du zur Auswahl hast. Übrigens kommen monatlich 1-2 frische Kurse dazu. Die werden auf unserem System freigeschalten. Wir klicken jetzt hier z.B. der Kurs 8 an. Ich habe hier eine Kielbe. Du hast hier Kurs starten klicken. Jetzt kommt hier z.B. das erste Teil anklicken. Hören wir rein, wie das klingt. Hallo, da sind wir hier. Wir beginnen mit dem ersten Teil vom Laubsaufwalzer. Jawohl, und dann kannst du hier z.B. zum ersten Teil mit den Pässe. Schauen wir auch noch schnell rein, wie das aussieht. Und ausserdem hast du die Möglichkeit, das Ganze zu vergrössern. Du kannst einfach zweimal draufklicken. Dann kommst du hier auf die Vollansicht. Dann kannst du wieder starten. Und so gehen wir immer durch. Dann kannst du ins zweite Teil. Und so siehst du immer, welche Lektionen du abgeschlossen hast. Und wenn du wieder zurückgehen zu der Tempseliste, kannst du hier wieder auf meine Kurse klicken. Und so kannst du immer weitergehen. Dann kannst du den nächsten Kurs auswählen. Und so weiter und so fort. Es ist wirklich eine super Sache. Und sehr einfach das Ganze zu bedienen. Es würde mich riesig freuen, wenn auch du zu meinem Musikschüler gehören würdest. Hier lehrst du garantiert Richtung Schweizer Örgeli spielen. Und ich gebe mir alle erdenkliche Mühe, weil das ist meine grosse Leidenschaft, an euch zu zeigen, wie wir dort leeren Schweizer Örgeli spielen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss. 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 Tschüss.